Yo Leute, was geht ab? Mukai wieder am Start und ja, ich bin wieder bei meinen Eltern. Bin mal vorbeischauen, Katzen füttern, alles mögliche, denn meine Eltern sind wieder weg. Sind in Kroatien diesmal, mit Mila natürlich. Ich vermisse die kleine Mila, aber ich bin nirgends von der Mila. Schade, schade, naja. Schönes Leben haben die, schönes Leben haben die. Und ja, was gibt's heute zu sagen? Heute mal wieder Mittwoch, es ist wieder Zeit für den Vlog. Der ist ziemlich spät, muss ich sagen. Ja, war eine ansteckende Nacht, nach dem Stream noch, mit ein paar Leuten im Teamspeak. Ich hoffe, man sieht mich so. Ich kann euch zeigen, was ich vorher versuche. Kommt mal mit. Wir gehen mal eben hier durch. Dum 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 dum. Licht und so. Jetzt seht ihr, das ist nämlich ein großes Spiel an. Jetzt seht ihr wie immer, wie ich filmen muss. Und ich finde das absolut unhandlich, weil, ja. Ich weiß nicht, sieht man das? Hier, hallo. Ich find's beschissen. Ihr habt Filmen nämlich mit dem iPhone und das Bug vor allem. Wir können ja mal hier ein bisschen drum gehen. Wo gehen wir hin? Komm, wir gehen mal unser altes Zimmer angucken. Deswegen hab ich mir überlegt, ich werde demnächst mir so eine kleine Handkammer dazulegen. Ich hab mich mal noch ein bisschen erkundigt. Es gibt so eine, die ziemlich viele zum Teil benutzen. So eine Lee Cream Mini X oder sowas. Wow. Machen wir mal hier die Tür auf. Ja. Mein altes Zimmer. Ihr hört schon ein halb bisschen. Ist nämlich so gut wie leer. Sieht man, erkennt man hier. Ich war nämlich, äh, gerne ein Paintball spielen. Hier haben wir in der Bezirksliga gespielt. War cool. Und hier noch so ein, pass auf, muss ich euch mal zeigen. So ein kleines chinesisches Karte. So eine chinesische Distri-Dong Karte. Ich liebe nämlich chinesisch zu essen. Sonst haben wir eigentlich, finde ich, viel. Dann haben wir hier bisschen Stuff vom Umzug dahinten. Hier auch noch mal so ein bisschen. Also das meiste ist schon weg. Das meiste ist schon weg. Oh. Hier haben wir noch was. Die Leute möchten ja immer wieder, dass ich, äh, die harte Sachen weiterführe. Werde ich ja demnächst bald machen. Decken wir das hier mal schnell ab. Ich hoffe, hat man nicht gesehen. Jo. Das ist der Bildschirm, den ich benutze. Ein ziemlich dicker Karton. Oh. Verdammt. Da haben wir sogar noch einiges mehr. Da kommen wir hier. Da haben wir sogar von Tormann. Das ist das Mikro von mir. Ein SC440 war das. So liefern die das. Okay, bestand keine Adresse. Das ist gut. Nicht, dass hier nachher jemand noch bei meinen Eltern auftaucht. Und ja, das war sozusagen mein letztes Zimmer. Was ich aber gar nicht so lange hatte. Denn eigentlich habe ich immer hier gewohnt. Das war eigentlich mein vorletztes Zimmer. Ähm. Ja, das habe ich einfach mal mit meiner Schwester getauscht. Dann sieht man hier. Und hier, ich habe dieses Dachfenster geliebt. Boah, ich liebe solche Dachfenster. Könnt ihr aufmachen, dann könnt ihr aufs Dach los. Ich habe noch meine Paintball-Teschholt. Guck mal hier so an. Guck mal hier. Wer von euch Paintball spielt? Ich hoffe, das sieht man. Moment, wir holen mal hier alles zur Seite. Hier haben wir meine alte Paintball-Gun. Eine Ego 11. Junge, Junge, bin ich mit der abgegangen. Chef hier läuft natürlich. Falls wir einen Paintballer haben. Meine Paintball-Tasche. Jetzt haben wir hier so alles drin. Na ja. Junge. Die Pulle. Ich habe geliebt. Leute, wenn ihr 18 seid. Gebt euch unbedingt einmal Paintball spielen. Es macht übertrieben Bock. Heißt ja eigentlich Gotcha. Aber wir nennen es Paintball. Sonst ist hier nichts. Wir düsen mal wieder ab. Aber ich finde es halt mega unhandlich. Ich weiß nicht, ob man es hier nochmal sieht. Mit dieser Kamera. Ich finde es halt mega unhandlich. Und das meiste, das mich aufregt, ist, wenn ich da sag ich mal in Adobe oder so konventiere. dann wieder einführe. iPhone. Also Apple speichert das als .mov. Also .mov. Das ist das beschissenste Format, das man haben kann. Und dadurch entstehen Asynchronitäten zwischenzeitlich. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video überhaupt hochladen werde. Weil wenn das Asynchron wird, dann wird das leider nichts. Dann wird das leider nichts. Aber ihr seht schon, ich ging schon ziemlich nervös an. Ich muss weiter. Die Zeit ruft, Leute. Also vielleicht nächste Woche gönne ich mir so eine. Ja, wie heißt die? Irgendwas mit. Weiß ich nicht. Ich poste die unten. Einen Link rein. Die heißt, glaube ich, Ligri. Canon Ligri Mini oder so. So eine kleine. Kennt ihr z.B. von Ungespielte. Hat die immer. Oder Ape Crime. Deswegen, Leute. Wir sehen uns demnächst. Vielleicht mit einer besseren Qualität. Haut rein. Yoooo!